Ja ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend oder gute Nacht. Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich hatte es ja auf Facebook angekündigt und was ich auf Facebook ankündige, das mache ich dann auch immer. Wer das Video jetzt später sieht, der wird sich vielleicht darüber ärgern. Es gibt in diesem Video ein In-App-Kauf geschenkt. Kleiner Haken ist dabei leider, es ist nur für Telekom-Direktkunden. Es geht in diesem Video um folgendes, und zwar um die App ScanBoot, wie man sagen möchte. Und man kann diese Variante, und das ist das Schöne, man kann diese Variante in eine Pro-Variante verändern. Wir schauen jetzt mal eben rein, ich habe das hier schon gemacht, bei mir steht das hier jetzt schon ScanBoot Pro. Und ja, ich will mal ganz kurz die App einfach mal vorstellen. Hier kann man einmal einstellen, ob es einen automatischen Upload geben soll. Ja, man kann das dann hier aktivieren und kann dann auch einstellen, wo das Ganze hingeht. In der alten Variante hatte ich dann hier auch noch Box gesehen. Wenn wir hier aktivieren, ah, da haben wir dann die ganzen Anbieter. Hier ist zum Beispiel auch den Cloud-Dienst, den ich nutze hier, Box. Das können wir dann alles einstellen. Machen wir jetzt mal nicht. Das heißt, wenn man Sachen scannt, werden die gleich automatisch in die Cloud hochgeladen. Sehr schöne Geschichte, genau. Dann kann man hier einstellen, welche Farbe das Layout der App haben soll. Das kann man dann variabel machen, wie man will. Ich fand jetzt rot ganz nett. So. Kann dann hier noch die Scan-Qualität einstellen. Genau. Text-Erkennung. Da muss man dann auch nochmal zur Verbesserung angeben, um welche Sprache es sich dabei handelt. Das werden wir uns auch gleich mal angucken, wie gut das funktioniert bei schlechten Lichtverhältnissen. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel. Wir haben ja schon auf Pro Upgedatet. Wie ihr auf Pro Updaten kann, das zeige ich euch gleich, nachdem wir die App einfach mal ausprobiert haben. Ich klicke jetzt einfach mal hier auf das Plus-Symbol, mache mal den Bildschirm hier ein bisschen heller, damit wir hier ein bisschen was sehen. Ich habe jetzt hier gerade meine Abo-Karte erneuert. Und ihr seht schon, wir haben ja eine ganz, ganz grausige, ganz, ganz grausige Dunkelheit. Ich mache jetzt einfach mal hier, würde ich mal sagen, ein Scan. Okay, da bin ich mal gespannt, bei diesen schlechten Lichtverhältnissen, wie schnell das alles funktioniert. Wir können das dann hier variabel nochmal beschneiden, das Ganze. Einstellen. Gut, dann machen wir das einmal, speichern das. Das Dokument wird gesichert. Jetzt werden hier nochmal auf den automatischen Upload hingewiesen. In Bearbeitung sehen wir jetzt hier gerade, dass es arbeitet. Das ist die Texterkennung. Das können wir uns gleich mal anschauen. 36, 40 Prozent. Das geht jetzt relativ schnell eigentlich, möchte ich sagen. 79 Prozent haben wir. Gehen wir einfach mal hier wieder auf die Datei drauf. Weiß ich gar nicht, wo ich das hier finde. Hier oben vielleicht. Zeigen. Ah, okay. Die Texterkennung hier bei dem Lichtverhältnis hat überhaupt nicht funktioniert. Also, da kann man so wirklich kaum was erkennen. Ihr seht jetzt hier schon, das ist die Textvariante, was wir da haben. Das kann man sicherlich bei anderen Verhältnissen noch besser machen. Ja, nette App. Die scheint hier echt super zu funktionieren. Kleiner Spaß. Ihr könnt euch das Ganze als Telekom-Kunde jetzt noch kostenlos sichern. Verlinkt euch unten in der Videobeschreibung den Link. Exklusiv für Telekom-Kunden. Ungefähr noch 30 Minuten das Ganze, wenn ihr das Video seht. Das wird jetzt direkt im Anschluss hochgeladen. Ohne Schnitt und alles. Hier steht nochmal, wie ihr das machen könnt. Ich empfehle euch, das im Browser aufzurufen, damit ihr diesen QR-Code hier habt. Den scannt ihr einfach mit dem iPhone ab. Dann öffnet sich automatisch die App. Also ihr könnt das am besten, ladet ihr die App runter, öffnet die App, scannt den Code in der App ab. Und dann bekommt ihr automatisch alles weitere mitgeteilt. Und hier ist dann auch nochmal, wenn das nicht funktionieren sollte, könnt ihr mit dem Kennwort Scanner an die 2992 eine SMS schicken. Kriegt eine Rückmeldung und dann kriegt ihr entsprechend wahrscheinlich einen Code, wo ihr die Pro-Variante dann aktivieren könnt. Schöne Sache. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr das Ganze macht, das WLAN ausschaltet, damit ihr da prüfen kann, ob ihr direkter Telekom-Kunde seid oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Scanboot, Boot, wie auch immer man sagen möchte, Scanboot ist eine schöne App. Das Upgrade für 499, also die Pro-Variante, könnt ihr euch hier kostenlos holen als Telekom-Kunde. Nehmt das wahr. Es ist nur noch ein paar Minuten der Fall. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Wenn euch solche Night-Deals gefallen, so ganz kurzfristige, coole Aktionen, wo man echt Kohle sparen kann, dann liked das Ganze und lasst gerne einen Kommentar unter dem Video. Bis bald, euer Chris. Macht's gut. Tschüss, servus.